Mein Wunsch für die nächsten zehn Jahre ist, dass Bildungspolitik gemeinschaftlich gestaltet wird. Das bedeutet, dass Bildungspraxis und Politiker, politische Entscheidungstragende, miteinander in den aktiven Diskurs gehen und sich offen austauschen. Beispielsweise haben wir als Bündnisfreie Bildung in den letzten Jahren das Forum Open Education umgesetzt. Das Ganze hat uns dazu gebracht, dass zum Beispiel auch die OER-Strategie immer präsenter wurde in der politischen Arbeit und wir dann auch im Laufe der letzten Jahre gemeinschaftlich mit dem BMBF diese Strategie gestalten konnten. Entscheidungen sollten grundsätzlich dort getroffen werden und dort entschieden werden, wo die Menschen eben auch betroffen sind. Das heißt, wir müssen die Lernenden mit einbeziehen. Wir brauchen Formate und Foren, wo Lernende wie SchülerInnen oder eben auch Auszubildende, Studierende ihre Meinung und Perspektive einbringen können und diese eben auch gehört wird. Insgesamt brauchen wir einen offenen Diskurs, offene Formate, um digitale Bildung für eine offene und gerechte Gesellschaft gelingen zu lassen und müssen das natürlich auch begleiten und sehen, welche Entscheidungen waren gut, welche Entscheidungen können wir verbessern, wo haben wir die meiste Wirkung entfaltet und dann immer wieder nachjustieren. Das heißt, ich wünsche mir für die nächsten zehn Jahre ein gemeinsames nach vorne stolpern in offenen Strukturen für eine gerechte Bildungspolitik. Strukturen für eine gerechte Bildungspolitik.